Hallo Freunde! Heute werden wir euch einen Trick zeigen, wenn wir schneller durch dieses Level kommen. Jedenfalls ein Soccer-Level, also Fußball. Und die App heißt Custom Races, also gibt es so viel. Ja, sonst halt nix. So, jetzt haben wir hier den Ball geholt. Jetzt müssen wir suchen. Jem Ball da hinzug. Och, wieder nach hin. Immer wenn der Ball runterfliegt, dann kriegt man 9. Ich hab vorhin mal das ohne das gemacht und da hab ich insgesamt bis hierher 2 Minuten 50 gebraucht mit Bugatti. Und Bugatti ist richtig gut. Hab ich dafür 2 Wochen lang durchgemacht. Also nicht ganz die ganze Zeit durch, aber auch sehr lang. Okay, wenn euch das Video dann gefallen hat, würde ich mal sagen Tschüss! Tschüss!